Für Sie als Patient ist es sehr wichtig, die Medikamente so einzunehmen, wie Ihr behandelnder Arzt das Ihnen vorgeschrieben hat. Wichtig ist zum Beispiel, ob Sie ein Medikament einmal oder zweimal pro Tag nehmen, ob Sie es vor oder nach den Mahlzeiten nehmen. Das hängt damit zusammen, dass Sie sonst vielleicht eine viel zu hohe Dosis des Medikamentes nach einer zu schnellen Einnahme von zwei Medikamenten hintereinander bekommen oder dass Sie vielleicht auch viel mehr Nebenwirkungen haben könnten dadurch. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie sich genau an die Einnahmepläne halten.